Neue Vorwürfe gegen Yvonne Wölke, und das ausnahmsweise mal nicht von Iris Klein. Ex-Dschungelcamp-Ärin Janina Jusen behauptet jetzt, von der Blondine hintergangen worden zu sein. Yvonne Wölke, heftige Anschuldigungen ihrer engen Vertrauten. Und schon wieder muss sich Yvonne Wölke, 41, mit Negativschlagzeilen auseinandersetzen. Ausgerechnet ihre Ex-BFF Janina Jusen, 39, erhebt im Interview mit Bild nämlich schwere Vorwürfe gegen die Blondine. Die beiden Frauen kennen sich eigentlich schon seit Jahren, die 41-Jährige begleitete 2022 auch schon Janina fürs Dschungelcamp nach Südafrika. Nachdem es Anfang des Jahres hieß, dass Yvonne und Peter Klein, 56, in Australien eine Affäre gehabt hätten, soll die die 41-Jährige sogar zweitweise bei Janina gewohnt haben. Doch nun herrscht zwischen ihnen dicke Luft. Janina Jusen Sie hat mich hintergangen und enttäuscht. Der Grund für den Zoff zwischen Yvonne Wölke und Janina Jusen Yvonnes angebliche Teilnahme an der ProSieben-Show das große Promi büßen. Die Blondine wird als heiße Kandidatin für die zweite Staffel gehandelt, doch bislang hält sich ProSieben zu dem offiziellen Cast noch bedeckt. Dennoch plaudert die 39-Jährige jetzt aus dem Nähkästchen und behauptet, dass sie Yvonne zu der Show-Teilnahme verholfen hätte, sie aber schließlich nur aus den Medien erfahren hätte, dass ihre Freundin tatsächlich dabei ist. Dabei habe ich sie erst bei den Sendeverantwortlichen ins Spiel gebracht. Sie wollten Yvonne doch erst gar nicht haben. Und dann hat sie nicht mal den Anstand Danke zu sagen. Das ist echt mies. Sie hat mich hintergangen und enttäuscht. So Janina. Nun würde sie eine Entschuldigung fordern. Die Vermittlungsprovision hat ihr Manager eingesagt, obwohl ich den TV-Job für sie klargemacht habe. Ich erwarte von Yvonne jetzt ein Danke und eine Entschuldigung, sonst ist die Freundschaft vorerst vorbei. Außerdem wirft sie Yvonne Wölke vor, famegeil zu sein. Yvonne ist seit einigen Monaten nur noch famegeil. Das liegt wohl an ihrer Beziehung zu Peter Klein. Das hat scheinbar auch ihr Denken, wie man sich gegenüber Freundinnen zu verhalten hat, verkleinert. Und was sagt die Blondine zu den Vorwürfen ihrer Freundin? Ich verstehe nicht wirklich, dass sie sauer auf mich ist, aber ich werde mit ihr reden. Das Ding ist, auf einmal haben dich ganz viele da reingebracht. So ist es gerade, ließ sie gegenüber der Zeitung verlauten. Oh ja!